Und schon wieder da. Wieder nur Mist. Nö. So, hier müsste das sein. Sieht das richtig? Ups. You are greeted by a large man. Ah, Miss Celia, he says. You have brought the strangers. Good, good. Follow me, please. Do you follow him? Follow me. Ja, ja. Könnten auch ein bisschen schneller gehen, bitte. Nein, wir gehen ganz langsam. Ganz langsam. This looks like a place to rest. Dankeschön. So, jetzt sind leider, sind unsere Bonus-Fells leider weg, fürchte ich. Jupp. Schade, schade, schade. Mh, jupp. Mh, hold person. Habe ich ihn zweimal gemacht, offensichtlich. Mh, ich habe ihn schon mal gezaubert. Und dann haben wir... Prayer gezaubert. Jo. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Okay. The Town's Revenue. Auch hier drin, im Safehouse? Oder was das sein soll? Das ist ja wohl nicht mal ernst. Oh, die hauen wir jetzt mal von Hand kaputt. Was? W-w-w-w-hä? W-w-w-w-w-w-w-w-w? Oh. Ihr seht manchmal anders aus, ne? Mhm. Verschiedene Icons. Na, das ist ja... Das ist ja blöd. Na gut. Der muss doch auch irgendwann mal klappen. Der hat bisher noch nie geklappt. Jetzt ist... Na gut, dann jetzt aber... Hold person vielleicht. Muss so weit weg. Du und... Du und... Du. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dankeschön. Oh, come on. Cool. Cool. Cool, cool. Greifst sogar die richtigen Gegner an. Zumindest im zweiten Versuch. Noch irgendeiner? Ne. Come on. Fangt nicht wieder damit an. Ihr hattet euch so gut berappelt. Come on. Come on. Come on. Autsch. War das nötig? Frage dich das bitte. So. Was habt ihr nur davon? Kein Surrendering, sondern Killing. So. Okay. Quit. Nö. 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 So. Sehr schön. Sonst ist hier ja nichts Großartiges. Würde ich mal sagen. Gehen wir mal zum Friedhof. Oder was haben wir hier? You find an old gravedigger. He looks up in glad surprise to see you. He tells you of the graveyard to the west. You record it as a journal entry. 28. I've been kept out of the burial grounds now for a week. I can't even get in there to get my tools. There are strange things going on in there. Open graves, broken tombstones, strange noises. Even the animals are gone. That Sir Lebaume is ruining the town. He even made his office in the burial glen. It's in the building just to the south and west of here. But the door is to the graveyard. That's another strange thing. Nobody's ever seen our new leader. At least nobody that I know of. He gives his orders and the guards carry them out. Things just ain't right. Indeed. Okay. Done my ups in the graveyard. You've entered the quiet of the burial glen. Most of the graves look as if they had been dug up. From the inside. Entschuldigung. Jo, äh. Das ist ja alles hochinteressant. Ähm. Ach ja, wir sollten doch noch diese komische Rose holen. Das ist ja, dann machen wir das mal erstmal, wa? Ähm. You have found a silver rose bush. A single bloom shines in the sun. You pick up the bloom and the bush... Bush... Busch... Busch... Wieso sag ich ja nicht mal Busch? Busch withers. Meine Güte. Suddenly the sun is blocked by swiftly moving shadows. Oh. Black shapes swirl down upon you. Danke, Sir Carl. Oh, Gott. Drei Black Dragons. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. 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 Wop. Super. Äh. Autsch. Aua, 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 aua. Blöder Drache. Ähm. Weg mit dir. Weg mit dir. Na gut, hätte ich mir die Magic Missile sparen können. Egal. Nö. 76. Tech. Oh, 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 oh. Sechs Gems. Wir sind reich. Wir sind reich. Congratulations, Party Games Experience. Hurra. Äh, wo wir schon mal hier sind. Ähm. Was müssen wir denn noch machen? Wir müssen noch den guten, ach ja, dann müssen wir noch so leber um. Underdrys und, äh. Äh, äh. Nee, kein Bock. Kein Bock. Naja, so turnen kann er nicht. Hm. Keine Ahnung, was die Night of the Rose so special macht. Äh, du Schwein. Ah, Hilfe. Hm. Ha, ha, ha. Ist da nur irgendeiner? Nee. Nö. Ja, danke, Spiel. Ich will doch nur mal kurz rasten. Word 5, before you play. There is no copy protection. Zeigt ja gerade den Stinkefingerspiel. Weißt du? Äh, nur. So. Guten Tag. This is an office. The room is incredibly cold. You find a page from a journal. You record it as, its contents as Journal Entry 71. Oh, na. Mutani is gathering his forces in secret areas around Sanction. We won't be ready for a few weeks yet. My minions have started gathering materials for my use. Several graveyards have been looted already. Many of them have left the open gravesites unfilled. I suppose it can't be helped. Stupidity has always been our most dangerous enemy. Ja, das gilt für unsere Seite allerdings auch, wenn ich an die Drachenlanze denke. Mutani has found a Dragonlance. Ja, hm. I urged him to give it to his strongest warrior, but I'm afraid that the Draconian doesn't trust anyone who could hold that much power. Foolish. He's going to hide it away somewhere in Sanction. Aha, okay. Mehr ist hier nicht? Hm. Toll, toll, toll. Hm. Oh, gut. Dann gehen wir wieder zurück. Oh, Roughnecks. Aha. Hier schon wieder. So, jetzt gucke ich mir vorher an, wer das ist. Das ist ein... Das ist ein Rogue. Und das ist auch ein Rogue. Okay. Oh, das war aber sehr nett von dir, Kumpel. Hm. Naja, wir haben es ja noch. Okay. 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 Sehr schön. Autsch. Au. Schweine, ihr. Hey. Hör auf. 30, 19, 20. Na komm, und das schaffen wir. Jo. Du bist weg. Du bist auch weg. Du bist auch weg. Ja. Du bist auch weg. Ich würde jetzt deinen Surrender akzeptieren. Allein schon, weil ich da nicht hinkomme, äh, um dich tot zu schlagen. Dankeschön. Nö. Nö. Hm. Nö. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Rest von Jellick im nächsten Video. Bis dahin. Gut, aber ich zeige閒master. Wollt bis zum nächsten TL oder ich hab mir da packe. Bes performing hier, wenn der These videos zu tun, schlassen, schます dich an reach. Ich mache mir da einen Bewegung. Ich zene.